Eine gut funktionierende Gemeinde lebt von Menschen, die sich für sie engagieren. Wir glauben, wie wir alle zwei Jahre den Bratler-Stern vergeben. Von den rund 15'000 Einwohnern hier zu bratteln, ist das Spektrum von Personen sehr gross, die für eine solche Auswahl für eine solche Musik nominiert werden können. Das können Stellenhelfer sein. Charismatische Persönlichkeiten. Das können Bratler-Künstler sein. Erfolgreiche Sportler. Oder einfach die Leute, die sich in Not einsetzen. Oder einfach die tollen Festorganisatoren. So oder so. Dienen Sie sich überlegen, wen Sie nominieren für den Bratler-Stern 2014? Nominieren Sie jetzt Ihren Wunschpreisträgerinnen und Preisträger bis zum 15. Januar 2014.